Sollts nicht kommen Na, ehh Hast du auch grad gesagt? Ja, ich hab gesagt Scheißdrupp Wir haben 6000 improvisierten Zinn Ich brauch hauptsächlich 2 Wolle Ihr könnt sogar noch Glück haben, dass wir es haben Ist meine Musik eigentlich leise oder ist sie auch? Sie ist zu leise Ja, meine ist auch laut leise Das liegt auch an den Liedern Das ist voll komisch Boah Alter, was ist denn Musik dabei? Ich hab gar kein Shuffle drin Also Wolle haben wir hier nicht Swings Swings? Haben wir eher Mach ich genau für 2 Stück Was siehst du? Ich hätte auch die Codney abfarmen können So, 10 Stück So, jetzt fahren wir jetzt mal wieder zurück Ich bin froh, wenn ich Auch so an das ME System rankomme Ach, wegen Wireless, oder? Ja Ja, das dauert aber Weil es soll ja nachher unten halt einen kompletten Strang Bis vorne hin erstmal mit Kabeln Ingelegt werden Was halt dann teuer ist, wo wir halt viel Strom oder Für die Turbine ja starten Ja Also hört ihr ein Es ist noch einiges geplant Ja, wir wollen ja von dem Sozusagen von dem Müllstrom weg, wir wollen ja nur Bio bauen Nur Bio-Strom Wirklich vorher geplant und nicht einfach so groß gebaut Was ist das diesmal? Hm Keine Ahnung Ja, das ist mehr oder weniger geplant Ja, das Haus ist diesmal durch geplant Sicher Ich hab grad 38 Codney geerntet Woll Haben wir Bienen? Haben wir Bienen? Wollt sie nicht Wie heißen die? Drones Oh Eine Meadows haben wir, eine Wocky Oh String Ja, das dauert wahrscheinlich nicht mehr Ich brauch eine Wolle Ja, dann komm her Ne, ich hol mir eben Schafe Ja, ich hab Fast Strings Ja, ich hol mir Schafe Fast Strings Warte mal Warte, wir haben noch Emeralds mittlerweile, ne? Ja Ja Ich hab doch einen Autospauner hier Kuchen 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 Ähm Ja, Milcheimer Ja, Kühe haben wir ja 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 So, aber trotzdem Das ist doch Ah Haben wir nicht, haben wir einen 3, 2, 3, 4, 6 Ne Gas Gas Oh mein Gott, wir haben nur zwei Gas Tears Wer konnte nochmal Ach, VTF konnte Gas Tears skippieren Egal Ja Wir haben Ich glaube einen Gas Irgendwo drin Wir haben doch irgendwo Gas Ja Ja Sag dich ja Ja Erzmaul Hast du nicht gesagt Boah, erstmal wenn wir da wieder aufräumen Leck mich ja Ich bin so auch immer irgendwo ein Schaf Muss jetzt alles sein Tschüss, tschüss Ich hab den nicht gebraucht Was der Spack mir zugeworfen hat Wer Du Du Ohja Schafe, wo seid ihr? Jau, ist da ein Schwein aufm... Da ist ein Schwein auf meinem Tunden auf meinem Gang Da ist ein Schaf Und zwar mit weißer Wolle Dankeschön Ich hoffe, kann man nicht Kühe melken Immer Munel M son Gut Du dumme Kuh Gib Gib Hab ich gesagt Ok Wieder rausfliegen Mach Zettos Erstaber ich ein Guld, um schnell rauszukommen Hans brauche ich Aegors Nein Ich weiss doch gar nichts Savoy Ich hab gar nichts gemacht 93 Meh Wie Hab ich jetzt néovers verpasst Rancher Genau So hieß er 2 stück kann ich davon machen ok 2 R brauche ich und 4 Zucker Zucker habe ich? 10 Gold, Redstone, Eisen Ah ja weiß ich gerade nicht Wir brauchen Plastik 2 da Wir brauchen Gold Komm machen wir uns noch Wir brauchen Gold Äh, Iron Gold So Zinn Wenn ich den dann mit Shift Hälfte Shift Plastik Pipes? Oh mein Gott Moment, haben wir vielleicht Plastik Pipes drüber? Schade, dachte ich Achja, Zucker... äh Weizen habe ich vergessen nochmal, Weizen habe ich auch hier Es ist gut, dass ich alles hier habe soweit Was ich brauche Ja, wenn du so ein Machi hast, ja Ich habe mir immer schon vorgesagt So ein bisschen Ja, alles kannst du da sowieso nicht haben Du kannst ja kein ganzes Außer du willst ja ein ganzes ME-System haben Aber war ja fun Ich hab... Sagst du, ich hab wirklich keinen richtigen... Ich hab diese andere Scheiß davon Waren nicht normal Weizen da Ach, Barley Die Org waren das Wir bräuchten eigentlich einen Post Weißt du was wir machen? Wir machen uns eine Chest Die machen wir in Schwarz Und dann... Wenn du zum Beispiel ich am ME bin Und du irgendwo weiß ich nicht bist Dann können wir das an die Ender Chest geben oder so Ja, das können wir auch machen Stimmt Immer ein bisschen Weizen So Gut, dass wir hier immer noch das Feld haben Ja, das kommt ja sowieso auch weg Das kommt entweder hier aufs Dach Im Tower Oder ähm Woanders hier Im Keller oder so Kannst du eh automatisch wieder machen Ja, ja klar Was anderes hab ich auch nicht mehr vor Geht das dann mit dem Kot noch automatisch Mit dem Harvester? Hm... Könnte Weil dann hätten wir auch so schon die Ja, aber Das weiß ich natürlich nicht Eins, zwei, drei, vier, 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 vier... Oh, diese komische Keul Okay Das, den geht echt Sechs mal sechs Also Sechs hoch Und dann Sechs in alle Richtungen Und natürlich die Blöcke Die noch daneben sind Sechs weiter Also so ein Sechs mal Sechs Block Hm... Ja, dann ist ja gut Ja, gut Im Radius ist das sie Sie mal sieben Das ist auch schon heftig Sagen wir mal so Können wir mal überlegen, ob wir vielleicht so einen Tower damit ausmachen Wie ich sagte, so einen automatischen Ist ja natürlich bestimmt ganz geil, was fehlt denn jetzt hier? Aber das würde ja auch dann gehen, wenn wir die 6 rein abernten und eine neue hinplacen, ne? Ja gut, 6 rein schaffst du ja nicht, du brauchst ja immer einen Blockplacer und einen Blockbreaker Das heißt, du könntest vielleicht maximal 3 Warte mal 6x6 hast du, ok Wir können außen die Blockbreaker machen, dann tun wir hier die Steine Blockplacer Ne, das passt nicht Dann brauchst du Kabel hier Dann machst du hier einen Placer Stone und den Blockbreaker Ja 1, 2, 3, hier Ne, du kannst 2 rein machen, also 2 rein könntest du machen immer Aber die wären voll automatisch Würde auch reichen, würde ich schnell gehen Ja, also die wären dann automatisch, müsstest du dann nicht mehr selbst setzen Erstrunde brauch ich noch Also dafür, wir brauchen Kohl Mushroom Mushroom, Mushroom Nein So was braucht das Ding? Strom Mushroom hab ich natürlich, das ist gut Mehr nicht Ich glaub aber auch ich hab keine Kohleblocke mehr Energy Waaa Energy Ähm Ähm, was hab ich doch cool Als Stromkabel Da haben wir Kohle Dann nehmen wir uns die Glücksspit-Sacke Kann ich da hinten hin machen Kann ich da rein tun Brauchen wir mal so ein kleines Sölbchen aus Kohle Kohleohrblöcke Hoffentlich ist schon ein Steel Ingot fertig Oh mein Gott 15 Stück schon fertig Wir haben da so ein Vanillasitz aufgemacht Und da gefarmt haben wir das genauso gemacht Mit den Blöcken Dann haben wir Turm gebaut und dann abgebaut Und wirklich Spitz-Sacke Das war so geil Und hier hast du nicht vor Deinen Baum zu bauen Ne, aber ich hab überlegt Hinten im Wald Da sind so diese komischen Tannenbäume, die etwas größer sind Riesengroß Da sind 3 oder 4 nebeneinander Das sah schon ganz geil aus Mhm Also Mach gleich 7 Also muss ich halt mal gucken Siebenmal Solarpanel Ok, da brauchen wir Lead Red, Red, Red Habe ich denn noch Stein? Habe ich denn noch Stein? Oder haben wir noch Stein? Stein haben wir sogar hier Ich habe auch Stein dabei 3.000 Stein haben wir hier MDRs vorne Ist auch nicht grad Naja die ist schon billig Man braucht natürlich viel davon MDRs vorne MDRs vorne MDRs vorne Iron Was? Iiih Asha So einfach so im Raum Rumpen einfach Oh schau Iron Ingotts Stahl Iron Iron Nuggets Aber wir können auch Oh die können die Berries nutzen So 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 rum So rum Ok Glas Sieht doch geil aus Oder nicht? Was? Scherz Ja, die Lappescherz sehen gut aus Brauch ich jetzt Keine Ahnung Auf 1.5 Stacks Brauchst du Lappescherz oder was? Hm Ok Die brauchst du auch Von Botania